Ich fühl mich so weihnachtlich, Freunde, ich bin nicht der Manni, weil jetzt haben wir ein jäiles Spiel in die Bundesliga. Bayern gegen Darmstadt, das ist ein echter Knaller. Da fällt mir ein Witz ein, sagt der Bayern-Fan zu seiner Frau, kurz bevor er den Fernseher einschaltet. Und Schatz, willst du noch was sagen, bevor die Bundesliga-Saison beginnt? Eigentlich ist es kein Witz, das ist die Realität. Also bis morgen, hasta la Weihnachten. Vielen Dank.